Der ältere Sohn aus einer weiteren Beziehung, Jack Niendorf, wird auf Antrag der Mutter in der Wohngruppe der Jugendhilfeeinrichtung Sankt Maria in Berlin-Nikolasier untergebracht. Sankt Maria in Berlin-Nikolasier. Peter? Penis. Wer bist du? Keinen Raum. Mark. Hi, ich bin Jack. Ist von meinem Vater. Liest du ihn oft? Nee, er ist tot. Und deiner? War es nicht. Kenne ihn nicht. Ich möchte zu meiner Mutter. Komm mal, wir haben erst Eingewöhnung und dann kannst du deine Mutter sehen. Haben wir genauso abgemacht. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin grad nicht da. Das ist doch eine Nachricht. Mama, hier ist Jack. Ich komm jetzt nach Hause, okay? Was ist denn mit Mama? Eure Mutter, die hat euch hängen lassen. Hallo, hier ist Sanna. Ich bin grad nicht da. Das ist doch eine Nachricht. Lass mich! Hallo, hier ist Sanna. Ich bin grad nicht da. Das ist doch eine Nachricht. Ich bin grad nicht da. Das ist doch eine Nachricht. Ich bin grad nicht da. Das ist doch eine Nachricht. Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020